zurück an den maschinen der ist voll so das ist sehr gut das ist sehr gut das heißt der kann laufen das heißt das heißt das heißt wir könnten hier eigentlich könnte ich schon daran machen wenn ich hier zwei kisten hinstelle wir haben gar keine kisten gemacht wir haben gar keine kisten gemacht so da muss der muss weg so dann können wir da so der kommt auch weg ohne signal so und jetzt musste eigentlich nur noch lava rein das heißt wir bräuchten paar eimer lava ein paar eimer lava am paar eimer lava da ist ein lava see da war auch einer an der stadt genau an der stadt war auch einer heiße könnten eigentlich mal eben zur stadt gehen den kennen wir aber auch noch an den klären wir auch noch an den können auch gebrauchen den packen wir raus den braucht man nicht drei eimer wir bräuchten vier wir bräuchten vier wir bräuchten vier wobei wir könnten uns eben auch ein tank bauen tank 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 also brauchst obsidian habe ich nicht habe ich nicht regentank robustes gehäuse Okay. Okay. Dann keinen Tank. Dann nicht. Dann machen wir das anders. So, was habe ich gesagt? Da, zu dem wollen wir, ne? Ja. Schwertus. Also quasi da hinten zu dem. Ja. Ja, einmal Beinbruch. Vielleicht finden wir aber noch ein paar rote, ähm, Pflanzen. Für rote Farbe. Wäre genial, ne? Wäre ja genial. Ö, ö, ö. Da liegt auch noch ein bisschen rum. Ein bisschen Mohn, ne? Sehr schön. Läh, 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 läh. Danke schön. Muss ich noch aufpassen, dass ich die jetzt nicht verschütte. Dann könnte es nämlich heiß werden. Dann könnte es verdammt heiß werden. So, dann geht es jetzt wieder hoch. Und dann wird aufgefüllt und dann wird Granit hergestellt, damit wir die Wand da mal fertig kriegen. Sehr schön. Ja, 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 ja. Immer diese Schlangen. Schlimm. Lass uns mal gucken. Ich hoffe nur, dass er keine Lava da abzieht, weil dann haben wir ein nächstes Problem. Weil dann brauchen wir noch eine Lava-Maschine. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wieso zieht er denn jetzt kein... Immer diese Maschinen hier. Ja, 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 ja. Der soll inserieren, ne? Nicht extrahieren, der soll inserieren. jetzt ja wunderbar lava muss man nicht nachfüllen sehr schön dann gibt mir die schon mal mit kann ich damit schon mal ein stück weiter arbeiten wunderbar wir machen fortschritte auch wenn es nicht viele sind aber wir machen sie und das ist die hauptsache müsste ich eigentlich auf die höhne auf die deutsch dass keiner weiß was da ist oder sicherlich ist verkehrt lasst uns unten gucken ja das stimmt das stimmt so kommt nämlich hier dann wieder die wand hin genau hier kommt dann das andere haus sind heißt das könnte man eigentlich hier direkt mal auch gleich mal markieren dann kommt ja hier noch der bogen hin und sicher richtig ein bisschen licht hin machen wäre auch nicht verkehrt so ein bisschen licht also das wird das wird das wird sehr schön sehr schön dann haben wir das auch das sieht auch das sieht echt genial aus ne dann kann man da kommt jetzt ein weißer bogen drum herum ja da kommt ein weißer bogen drum und da oben kommt dann rosa drauf die eimer können wir wegpacken die braucht immer da rein die müssen hier rein so sehr schön den simpel er läuft melder hier wo packen wir den hin am besten da wo er keinen stört am besten so die da auch da rein dann können wir die noch da rein machen die kommen ja da oben noch rein ja dann haben wir es doch hier müssen wir gucken hier müssen kommen wir schon noch fenster oder so rein aber das weiß ich halt nicht weil ich die seite nicht sehe das ist halt tragischer daran ich sehe die seite alter bist du doof das ist mein bett hier hat man nichts für sich ne gar nichts gar nichts gar nichts gar nichts hat man hier so was machen wir jetzt wir können die seite ja die seite das ist jetzt die seite ja ist jetzt die frage was machen wir wir können ja auch nicht einfach fenster jetzt irgendwie sinnlos reinbauen das ist halt was wir machen können wir bauen hier oben ein erdkranz rein lassen die wand dann offen damit wir zumindest weiter bauen können das wäre ja auch eine möglichkeit und 19 19 ja das ist so 19 ist so schön das ist so schön so roter beton rot 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 da hat zwar 64 sehr schön dann holen wir uns mal ein bisschen erde fangen wir uns mal zu strangulieren weil er hat hunger er hat ein lebe nicht hunger hatte ja komm mir ach wir hatten ja nur hin werden in der tasche ja moin so was wollte ich erde ne ich wollte dann er dinge dran machen damit wir das offen lassen können aber trotzdem noch dann bauen können da oben genau das wollte ich 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 bei ich Die könnten wir eigentlich aus... Kann man aus Diorit Treppen bauen? Geht das? Na, guck mal. Könnten wir ja nirgends wieder hier zwei einziehen, ne? Könnten wir ja machen. So. Das heißt, wir könnten aber auch hingehen. Ja. Hingehen und das Treppenhaus hier fertig bauen. Das könnte man nämlich auch dann machen. Eigentlich schon, ne? Eigentlich könnten wir das dann machen. Weil wir müssen gucken, wir müssen hier irgendwie da hochkommen. Das heißt, wir bauen das... Habe ich eine Axt bei? Habe ich nicht. Dann machen wir das anders. Wir brauchen einen Stein, brauche ich für oben. Den brauche ich. Den brauche ich. Dann brauche ich eine Axt. So. Dann bräuchte ich noch Fichtenholz. Ein bisschen. Haben wir natürlich auch nicht, ne? Ähm... Da auch nicht, nö. Wir machen das im Stern. Wir machen das, wir machen das. Den da rein. Die raus. Dann würde ich nämlich hingehen. Den lassen wir so. Den Eingang. So. 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 Wo ist das? Ist halt blöd, ne? Ich weiß halt nicht, wie man da in das Haus reinkommt. Wir machen das erstmal so. Die Treppe lassen wir. Oh, nein. Oh, Kacke. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt kann ich die alle rausholen, ne? So. Den da rein. So. Dann da die Tür rein. So. Da drüber muss dann... Und dann... So. Passt. Hier bauen wir die Treppe rein. So. Der geht weg. Der geht weg. Was ist denn, wenn wir die... Ja, muss sie ja, ne? Dann da das Podest hin. Nur ein kleines. Das ist quasi so. Das ist aber auch blöd, ne? Dann müssen wir den Dings hier, den Flur nachher abtrennen. Ja. Dann müssen wir den abtrennen. Dann machen wir das so erstmal. Bis ich da eine Lösung gefunden habe. Aber ich komme zumindest in das Haus da rein. Und das ist ja im Grunde das, was zählt, ne? Das bringt mir ja nichts, wenn ich da eigentlich in das Haus reinkomme. Aber eins da stehen habe. Ein bisschen wahnsinnig. Brauchst du gar nicht. Ich hab zwar hier noch Fischten. Ich hab hier doch noch Fischte. Ich hab sie doch noch. Ich hab sie doch noch. So. Na. Zwar nicht schön. Aber es erfüllt seinen Zweck. Erstmal. Und das ist die Hauptsache. Dann kommt da oben der weiße Ring drauf, ne? Der weiße Ring. Und das ist die Hauptsache.